Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft, die uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen. Was soll denn der Quatsch mit dem Streichholz? Ich wollte nachsehen, ob das Licht ausgeschaltet ist. Ach, das ist was anderes.